Zweite Akt, Szenen bis sieben. Wie viele sind es? Schwester Margarita, wir wussten nicht, dass wir das Stift in Solche eingefallen haben. Es ist nicht zu fassen. Ich würde mich mal erinnern. Nicht für die Leute. Das ist schon der Punkt, wo man sich das Stift besucht hat. Seht da drüben nach! Ein Vater über die Kinder hatten bestimmt. Sie sind immer innen. Schatz. 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 Nein. Schatz. Herr Stuhlbahnführer, hier ist keiner. Dann kommen Sie zurück, die Wartner. Sie sind weg. Gott sei Dank, Herr Mülliger, es tut uns so leid, dass wir Sie hier mit hineingezogen haben. Sobald es sicher ist, werden wir aufrechnen. Wir haben unser Auto tief im Wald gesteckt. Ach, mit dem Auto werdet ihr nicht weit kommen. Sie haben Ihre Posten überall auf den Straßen postiert. Ich habe zum Riefen gehört, dass alle Störze gespält sind. Die Grenzen sind geschlossen. Ich habe diesen Berg immer für meine Freunde gehalten, die dort stehen, um uns zu beschützen. Und jetzt stellen sie sich hin. Aber niemals. Ihr kennt doch das Psalmwort. Hebe deine Augen auf zu den Bergen, von denen dir Hilfe kommt. Ja, ich kenne diese Berge, genauso wie ich diesen Garten bekenne. Und du kennst ihn auch. Wenn wir erst über den Berg sind, dann sind wir in Sicherheit. Aber wir kämen nicht. Wir werden mir dann jetzt helfen. Ist der Klaus? Das war's. Das war's.